herzlich willkommen bei ulis camper heute möchte ich euch mitnehmen auf unsere urlaubsreise nach kroatien genauer gesagt zum camp keycard also viel spaß beim zuschauen zweitag morgen unsere reise geht los und wie ist es in deutschland es regnet das wetter in kroatien kann noch besser werden erster zwischenstopp irgendwo in bayern sind wir jetzt wollen wir erstmal frühstücken wir gehen zum großen m und dann schauen wir weiter hier ist die vier los hinten ist es unser auto wir haben jetzt morgens zehn vor neun fünf sind wir losgefahren das ist unsere erste pause mal gucken wie weit wir heute noch kommen aber das wetter wird besser die sonne scheint schön ist es jetzt werden erstmal die unis raus gelassen hallo baby casanova und smiley hierbleiben hallo ihr zwei komm komm stopp oh er muss mal dann bayern die das kommt ein bisschen laufen na so ist das fein aber echt das ist aber eine lange ball jetzt sind wir in münchen gelandet und jetzt gehen wir erstmal mittag essen beim wirtshaus zum pauli mal gucken wie das hier schmeckt wetter ist bestens wir haben hier steht da schon und wartet auf mich und unseren beiden hunden bestes wetter hier mal gucken was hier fahrendes zu essen gibt wir werden sehen jetzt wollen wir mal tanken aber der diesel ist ja ammer 2 euro 24 der liter das ist unglaublich naja autobahn zuschlag münchen zuschlag da fliegt eine taube über unser wohnmobil hey du scheiße da drauf zu boah mal tanken wir sind mal in österreich wir sind mal in österreich wir sind mal in österreich der gasfahrt zu schulden vielleicht schafft man es noch ja, schafft man es noch schön erstmal die berge genießen hier Da liegt nur Schnee, ne? Meinst du es ist Schnee? Was? Es ist Schnee. Guten Morgen, heute melden wir uns vom Camping Gerli in Willach. Da sind wir gestern Abend gestrandet. Wir waren so um halb zehn hier und haben jetzt hier eine Nacht verbracht. Und heute geht es dann jetzt weiter nach Kroatien. Zum Übernachten reicht es hier. Aber Urlaub, naja, würde ich hier nicht verbringen. Aber egal, war ganz gut, haben gut geschlafen, schön ruhig alles. Und viel los ist hier aber nicht. Könnte ja auch mal selber mal schauen. Aber als Zwischenstopp reicht das vollkommen. Sind halt viele Dauercamper. Jetzt fahren wir tanken und dann geht es weiter nach Kroatien. Bis dann. Bis dann. Auf gehts in den Karawandentunnel. Was ist das so, oder? 7.864 Meter Endlich das Meer Endlich das Meer Schön Wow Wow, wow, wow Was ist das, oder? Was ist das? Was ist das? Was ist das, oder? Was ist das, oder? Was ist das? Was ist das, oder? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Gar nicht, du wirst. Himmelreich. Bis zum nächsten Mal. 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 Jetzt zeige ich euch nochmal ein bisschen die Pinien und die Bäume, wie sie aussehen. So kann man es bald gut sehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Oh mein Gott! 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 Hier haben wir einen Ausschnitt von der Karte, wie groß das hier ist. Und ich zeige euch mal, wo wir stehen. Oh, ich hoffe, man kann es sehen. 1079, das ist unser Platz. Ich zeige euch mal, wie groß dieser Platz hier ist. Ich zeige euch mal, wie groß das hier ist. Ich zeige euch mal, wie groß das hier ist. Ich zeige euch mal, wie groß das hier ist. Ich zeige euch mal, wie groß das hier ist. Ich zeige euch mal, wie groß das hier ist. Ich zeige euch mal, wie groß das hier ist.